Wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Wir sind ein Fußballspiel gehabt in der Nähe. Wenn wir uns für den nächsten Tag eine Kalkbahn aussuchen. Und dann war das das Beste. Raufboxen, Fahrrad, Gas geben, Bremsen. Einfach toll. Atmosphäre toll. Am besten war das Qualifying. Und die Strecke war ziemlich lang. Aber vom Fun her richtig geiler Grip. Und man kann es nicht besser machen. Ich habe meinen Sohn dabei und wollten die Kalkbahn heute mal testen. Hat riesen Spass gemacht. Ganz tolle Bahn. Wir sind einmal in Frankfurt gefahren. Ich muss ehrlich gestehen, die Bahn hier in Stuttgart ist wesentlich schöner. Macht riesen Spass. Zumal ich auch noch gewonnen habe. Die Karts könnten zwar schneller sein. Aber damit haben wir jetzt eh die 9 PS Lizenz gemacht. Und darum wird es schon passen. Die Karts haben einen super Sound. Und von dem her ist es echt ein Spaßfaktor. Die Reichtigkeit auch zu finden. Und vor allem habe ich hier meinen Nebenjob mal gehabt. Und jetzt mit Qualifying und Rennen ist es echt schon cool. Und der Paketpreis hat uns dann auch überzeugt. Also ich finde es echt günstig. Sogar fürs Kartfahren. Und macht halt einfach mega Spaß. Und wir feiern hier heute unter anderem meinen Junggesellenabschied. Und ich kann sagen, es hat einen riesen Spass gemacht. Die Leute sind super. Die Anlage ist super. Ich muss dazu bestellen, ich bin das erste Mal hier. Das erste Mal überhaupt Kartgefahren. Und macht einen riesen Spass. War super. Ich komm wieder. Ich muss sagen, mega. Super Team. Super Einweisung. Rennen problemlos abgelaufen. Alle haben sich dran gehalten. Auch wenn mal die blaue Flagge kommt und mal ein bisschen Platz machen muss. Super. Hat Spaß gemacht. Riesen-Gaudi. Sehr zu empfehlen. Es wird niemand irgendwie irgendwas desqualifiziert. Sondern man kann einfach Spaß haben. Man unterschätzt das eine halbe Stunde. Mein Gott, Autofahren eine halbe Stunde. Es macht richtig viel, viel Laune. Adrenalin. Die Kämpfer auf der Bahn. Zeitfahren. Also richtig cool Sachen. Macht echt Spaß. Das Rennen war einfach. Genial. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es macht super viel Laune. Mit einer großen Truppe. Best recht. Jungs, wie war es? Sau geil. Ich kann euch nicht hören. Wie war es?